Horoskop für heute, wieder, 5. Dezember 2024. Entdecken Sie Ihre Zukunft mit meinem Tageshoroskop für Sie zu Liebe, Arbeit, Gesundheit, Geld und Kompatibilität mit anderen Zeichen. Jetzt können sich Gelegenheiten ergeben, eine Einigung zu erzielen oder eine Beziehung auf subtile, aber substanzielle Weise voranzubringen. Sie profitieren wahrscheinlich von verbesserten Kommunikations- und Transportsystemen oder Gelegenheiten, Ihre Ideen vorzustellen. Sie können motiviert sein, ein Lernvorhaben, eine Partnerschaft oder ein persönliches Ziel oder Anliegen wiederzubeleben. Probleme können durch Gespräche gelöst werden und Verhandlungen können erfolgreich sein. Die heutigen Transite unterstützen zufriedenstellende Fortschritte bei Projekten, die Ihnen am Herzen liegen, und mit mehr Sinnhaftigkeit sind Sie umso engagierter. Ihr Einfluss und Ihre Überzeugungskraft sind stark und Ihre Verbindungen sind sowohl inspirierend als auch praktisch unterstützend. Der Mond verbringt den Tag in Ihrem Karriere- und Reputationssektor und stimmt Sie auf Ihre übergeordneten, längerfristigen Ziele und Ambitionen ein. Im weiteren Tagesverlauf können Sie eine gewisse Anspannung im Zusammenhang mit der Erledigung unerledigter Aufgaben spüren. Versuchen Sie Ihr Bestes, um sich vom kosmischen Drama des heutigen Tages zu lösen. Sie spüren vielleicht den Druck von Angst und Frustration, der auf Ihrer Seele lastet. Wenn die mächtige Sonne, unser großes Licht, mit einem eisigen Saturn zusammenstößt, werden Sie gezwungen sein, sich der harten Wahrheit über Ihr Leben zu stellen, insbesondere wenn es um Herausforderungen, Kämpfe und Nöte geht. Sie werden sich zweifellos einsam und deprimiert fühlen, insbesondere wenn Sie mit einer schwächeren psychischen Gesundheit und Angstzuständen zu kämpfen haben. Versuchen Sie, sich zu erden, üben Sie Achtsamkeit und sprechen Sie bei Bedarf mit einem Therapeuten oder Berater. Sie können Ihnen eine Reihe guter Protokolle zur Verfügung stellen, denen Sie folgen können. Lassen Sie sich von niemandem herumschubsen. Nutzen Sie Ihre innere Autorität, wenn der Mond im Steinbock im Sextil zu Saturn in den Fischen steht. Die Mondenergie wird Sie ins Rampenlicht rücken. Kollegen, Kunden und Vorgesetzte werden Sie in dieser Zeit mehr bemerken. In den meisten Fällen ist diese Aufmerksamkeit positiv. Manche Menschen haben jedoch möglicherweise das Gefühl, sie in die Schranken weisen zu müssen. Glücklicherweise wird ihnen die kosmische Energie dabei helfen, aufrecht zu stehen, ohne sich auf übermäßig aggressive und konfrontative Weise durchsetzen zu müssen. Sie können Autorität ausstrahlen, ohne dominant zu sein. Je mehr Zeit Sie damit verbringen, sich mit Ihrer Ernährung und Ihrem Trainingsbedarf zu befassen, desto einfacher wird es, Dinge zu finden, die Ihre Lebensqualität verbessern. Wenn Sie beispielsweise ein paar Wochen lang regelmäßig Yoga machen und viel Wasser trinken, werden Sie sich ganz natürlich bereit fühlen, bestimmte Nahrungsmittel wie Weißmehl und Milchprodukte aus Ihrer Ernährung zu streichen. Der Körper verlangt nach dem, was er will, wenn Sie Ihre Fähigkeit verbessern können, auf ihn zu hören, sind Sie in guter Form. Ihre Fähigkeit, auf kreative Weise zu kommunizieren, wird verbessert. Dies kann Ihnen einen echten Vorteil verschaffen, wenn es um virtuelle Meetings bei der Arbeit und die Zeit zu Hause mit Ihrer Familie geht. Wenn es in der Vergangenheit zu Missverständnissen gekommen ist, ist es jetzt an der Zeit, Ihren Standpunkt noch einmal klar zu machen. Bedenken Sie die Macht des geschriebenen Wortes und der Symbolik. Diese können sich als erfolgreicher erweisen, wenn Reden nicht ausreicht. Überlegen Sie sich, was der beste Ansatz ist, bevor Sie handeln. Während die Rückkehr des Mondes in Ihren Karriere-Sektor heute ein gewöhnliches monatliches Ereignis ist und alle vier Wochen Ihre beruflichen Instinkte schärfen und als Auslöser wirken kann, sind es die Zeiten, die dies viel bedeutsamer machen. Während der Mond Ihren Sektor des Abenteuers, Reisens, Lernens und Entdeckens verlässt und den Neumond am Wochenende abschließt, hinterlässt er Planeten, die die spielerische, kreative und abenteuerliche Seite des Lebens weiter stärken werden. In der Zwischenzeit kehrt der Mond in Ihren Karriere-Sektor zurück, gerade als Venus daran arbeitet, dieses Berufsjahr zu Ende zu bringen. Vor seiner rückläufigen Wendung in Ihrem romantischen Sektor am Wochenende wird Mars immer langsamer und muss zu einem vollständigen Stillstand gekommen sein. Nach einem freundlichen Aspekt des Mondes, als er in den letzten Tagen durch einen abenteuerlichen Teil Ihres Horoskops wanderte, hat dies einer Mischung aus Romantik, Leidenschaft und Abenteuer einen weiteren Schub gegeben, vor dem ersten Ausflug des Planeten der Leidenschaft in die Welt der Vergangenheit und zweiten Chancen an der romantischen Front seit 15 Jahren. Täglicher Planetenüberblick Die heutige himmlische Konstellation bietet ein besonderes Geschenk die Gelegenheit, das Leben mit Klarheit, Reife und einem Gefühl ruhiger Kontrolle anzugehen. Der Mond im geerdeten Steinbock harmoniert mit dem disziplinierten Saturn im intuitiven Fisch und erzeugt eine ausgeglichene Energie, die Sie ermutigt, Ihre Gefühle nachdenklich zu verarbeiten und Herausforderungen mit Anmut zu meistern. Gibt es einen schwelenden Streit? Jetzt könnte der perfekte Zeitpunkt sein, ihn ruhig und selbstbewusst anzusprechen. Sie werden vielleicht feststellen, dass sich Probleme, die Sie einst für unlösbar hielten, plötzlich auflösen. Es ist, als ob die Last der Ängste aus der Vergangenheit von Ihnen abfällt und Sie sich auf die Gestaltung Ihrer gewünschten Zukunft konzentrieren können. Mit dieser neu gewonnenen Klarheit scheint heute alles leichter zu fließen. Entscheidungen, die früher entmutigend wirkten, fallen ganz natürlich und Herausforderungen lösen sich fast von selbst, sobald man sie angeht. Es ist ein Tag, an dem sich die Anstrengung leicht anfühlt und die Ergebnisse lohnend sind. Einer der schönsten Aspekte der heutigen Energie ist, wie sie sich auf Ihre Beziehungen auswirkt. Ihr ruhiges, gelassenes Auftreten macht Sie zugänglich und Ihre positive Einstellung ist ansteckend. Die Menschen fühlen sich von ihrer Energie angezogen und bewundern, wie mühelos sie heute durchs Leben zu navigieren scheinen. Verbringen Sie Zeit mit Freunden und Familie, Ihre geerdete Energie wird diese Verbindungen vertiefen und die Bindungen stärken, die am wichtigsten sind. Seien Sie offen für Zusammenarbeit, wenn jemand eine Idee oder ein Projekt mit Ihnen teilt, zögern Sie nicht, sich einzubringen. Die Perspektive des anderen könnte Sie zu Ihren eigenen Plänen inspirieren. Ist Ihnen aufgefallen, wie ermutigend es ist, wenn Ihnen jemand wirklich zuhört und Ihren Input wertschätzt? Heute haben Sie die Chance, diese Person für andere zu sein. Ihr Rat, insbesondere in praktischen Angelegenheiten wie Finanzen oder Projekten, wird sehr gefragt sein. Haben Sie kürzlich jemandem bei der Lösung eines Problems geholfen oder einen Ratschlag gegeben, der einen Unterschied gemacht hat? Teilen Sie Ihre Erfahrungen in den Kommentaren. Es ist immer inspirierend zu hören, wie wir uns gegenseitig aufbauen. So wunderbar die Energie heute auch ist, es ist wichtig, Grenzen zu setzen. Sie werden vielleicht feststellen, dass Sie sehr gefragt sind und andere Ihren Rat und Ihre Anregungen dringend brauchen. Es ist zwar erfüllend zu helfen, aber denken Sie daran, dass auch Ihre Energie wertvoll ist. Zusammenarbeit ist eine Einbahnstraße und Sie verdienen es, so viel zu erhalten, wie Sie geben. Sehen Sie es so, wenn Ihre Energie ausgeglichen ist, können Sie nicht nur andere unterstützen, sondern haben auch die Kraft, Ihre eigenen Leidenschaften und Ziele zu verfolgen. Heute ist einer jener seltenen Tage, an denen sich alles im Einklang anfühlt, Ihre Gefühle, Ihre Handlungen und Ihre Beziehungen. Probleme erscheinen kleiner, Lösungen klarer und die Menschen um Sie herum spiegeln die positive Stimmung wider, die Sie ausstrahlen. Nehmen Sie sich einen Moment Zeit, um alles in sich aufzunehmen. Wie oft haben wir die Chance, diese Art von Leichtigkeit und Klarheit zu erleben? Nutzen Sie sie, um Ihre Beziehungen zu stärken, Herausforderungen anzugehen und den Grundstein für eine Zukunft zu legen, die Sie begeistert. Auch wenn Sie so viel positive Energie haben, ist es wichtig, sich Zeit für sich selbst zu nehmen. Denn die Balance zu wahren, ist es, was solche Tage so lohnend macht. Führen Sie ein Tagebuch über Ihre Gedanken und Träume. Das ist eine großartige Möglichkeit, mit Ihrem Inneren Selbst in Verbindung zu bleiben. Gönnen Sie sich einen Moment der Ruhe, sei es beim Meditieren, bei einer Tasse Tee oder einfach beim Genießen der Ruhe. Diese kleinen Akte der Selbstfürsorge stellen sicher, dass Sie zentriert bleiben und die wunderbare Energie des Tages optimal nutzen können. Heute dreht sich alles um Fortschritt, Verbindung und Klarheit. Aber die wahre Magie entsteht, wenn wir unsere Erfahrungen teilen und voneinander lernen. Wie nutzen Sie die ruhige Energie von heute, um Herausforderungen anzugehen oder Bindungen zu stärken? Welche Anzeichen mühelosen Fortschritts haben Sie bemerkt? Mit wem würden Sie heute gerne Kontakt aufnehmen? Schreiben Sie Ihre Geschichten in die Kommentare. Vielleicht inspiriert Ihre Reise jemand anderen dazu, die Möglichkeiten des Tages zu nutzen. Denken Sie daran, Sie sind Teil eines größeren kosmischen Tanzes und heute lädt Sie das Universum ein, ins Rampenlicht zu treten. Nehmen Sie es mit Zuversicht, Anmut und Dankbarkeit an. Danke, dass Sie hier sind und vergessen Sie nicht, zu liken, zu teilen und sich für weitere tägliche Einblicke anzumelden. Ich sende Ihnen Liebe, Licht und all die positiven Schwingungen. Bis zum nächsten Mal!